Alien Isolation Alien Isolation Alien Isolation Alien Isolation Mordes Büro Kein Plan, wie ich da hinkomme Kein Plan, wie ich da hinkommen soll Okay Da kann ich mich verstecken Klasse, will ich nicht Hier ist nix Äh, wo geht's denn da lang? Ach, hier zum Untersuchungsraum Okay, nee, da will ich jetzt nicht hin So, hier ist nix mehr Laufen kann ich hier Da ist jetzt überall zu, ne? Schlüsselkarte Mein Lieber, wie soll ich da rein, wenn ich ne Schlüsselkarte brauche? Äh, hier brauche ich auch irgendwas Hallo? Aufzug? Aufzug Gehst du? Funktionierst du? Hallo? Tut sie nix? Tut sie nix? Zu sich hier was? Strom wiederherstellen Ach, Mann, oh! Strom wiederherstellen Ja, wo denn? Womit denn? Da blinkt überall was, aber ich kann nix tun Äh Okay Wie bin ich hier reingekommen? Was war das jetzt? Wie über den Lüftungsschacht hier reingekrabbelt? Gibt's das? Ja, wahrscheinlich schon Äh, ist das ätzend Es ist finster Es ist zappenduster hier Hier geht's nicht weiter, ne? Hier geht's nach oben Geht's hier nach oben? Äh Okay Ich muss jetzt hier wieder aufpassen Hier kann ich wieder nicht so quatschen, wie ich möchte Weil hier ja Augen-Elen unterwegs ist, was mich hört Okay Inventar voll, was? Nein Wie kann denn mein Inventar voll sein? Ich hab ja nix drin Wie kann ich hier jetzt bitte mein Inventar ausleeren? Kann mir das einer sagen? Okay Ähm Kann ich da irgendwas wegschmeißen? Wahrscheinlich nicht Ich brauch eine Komponente B Die Sensor hab ich eh Genügend War ich hier schon? Geht's das? Nee, oder? Ich hab keine Ahnung Hebel benutzen Okay, nee Hier war ich nicht Oh geil Ist jetzt ein schlechter Scherz Was ist das? Wie komm ich hier jetzt wieder raus? Da stehen zwei Boxen Warum stehen da jetzt zwei Boxen? Jetzt kommt das doof Hinter mir Hier bin ich reingekommen Da komm ich nicht mehr raus Hä? Hä? Bin ich hier runtergefallen? Wie geht's das? Ja, ich hab nicht wieder Möglichkeiten Hier gerade Hier ist halt auch nix Schlüsselkarte Ich hab keine Schlüsselkarte Das ist gerade mal richtig doof Zum Verstecken halten Dann ein paar Mülltonnen Da bin ich gerade rausgekommen Da ist aber auch nix Ah Nee, ich will die Ich will die Ausweiskarte Danke Liegen nur noch Sensoren rum Ja, war jetzt gerade schon Ein bisschen komisch fast Das ist ja Als würdest du dich selber einsperren Hier Was? Warum? Ich hab doch gerade eine eingesammelt Ja, jetzt will mich das Spiel verarschen Ich kann da nicht rein Ich kann da nicht hin Da ist auch nix Guck mal, kannst du einen Strom anstellen? Aha, okay Hier ist ein Knopf, ne? Muss man auch wissen Na los Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Ja Weiterseitiger Vorteil Gehen Sie weiter Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten Die mit der Anpassung an den Welten Nein, nein, das ist der falsche Weg Sagen Sie mir einfach, wo lang, Coolman Bin ich jetzt hier richtig? Bin ich jetzt hier richtig? Bin ich hier richtig? Junge, sag was Sprich mit mir Das ist gerade gemeint Das ist der falsche Weg Aha Ne, das war hier die Karte mit Was? Es ist ein sonniger Sommertag Sie befinden sich in einem What the fuck? Ich habe gerade keinen Blasmischimmer, wo ich hin muss Ich habe gerade keinen Blasmischimmer, wo ich hin muss Die hätten nie hierher kommen sollen Niemand hätte je hierher kommen sollen Zugangscode Klapszöller Ausweistfader Es ist morgen Die Sonne steht hoch am Himmel überlegen Bald wird sie untergehen Es folgen morgen Nacht 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 Ich höre überall Geräusche hier Ein Speicher-Telefon Benutzen wir Ich speier hier immer, wo ich kann Weil, ja Man kann ja nie wissen Ein Tonband Work ist nicht, wenn man mich ignoriert Komplett falsch Verstanden Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt Wie soll ich be... So, ich muss jetzt... Ne, ich muss hier weiter Ach, nicht schon wieder Auch nicht schon wieder Was ist das? Sie sind da Das ist Morleys Büro Und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein Wahrscheinlich im Computer 1-7-0-2-Jop-Habe ich Schlüsselkarte. Was? Schlüsselkarte. Marlo, Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Wo soll die sein? Gerät unzureichend. Wo? Nein. Nein. Das ist das Alien. Für Gottes Willen. Für Gottes Willen. Für Gottes Willen. Bin ich jetzt sicher? Ich kann doch was hören. Nein. Oh Gott. Was? Oh. Ist die Frage, bin ich jetzt sicher? Wahrscheinlich nicht. Alter, nein. Lauf, lauf. Scheiße. Scheiße. Ist das ein Bug? Was bin ich jetzt tot? Okay, ist kein Bug. Ah. Shit. Ist kein Bug gewesen. Okay. Ich bin tot. Scheiße. 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 Jetzt kann ich das nochmal machen. Äh. Ja. Komm. Okay. Wo muss ich nochmal lang? Jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt wieder rumstehe. Okay. Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Ganz genau. Diesen Covid war einfach. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbedingungsverfahren nicht gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Spiel macht mich fertig. Kuhnen. Ende. So. Was? Ja. Es geht noch rauf. Okay. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ja. Er ist auch hier. Das hatten wir nämlich gerade schon. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jupp, habe ich. Jetzt brauchen Sie doch die Schlüsselkante. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Da komme ich nicht drüber. Konzentrieren Sie sich auf das finden der Schlüsselkarte. Uah. Lauf, 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 lauf. So. Das schaffe ich jetzt. Genau jetzt brauche ich das Vieh. Ja. Unbedingt. Unbedingt muss jetzt das Alien auftauchen. Ganz, ganz dringend muss jetzt das Alien auftauchen. Unbedingt. Ich kann es höher. Abwärm. Hier noch mal. Das risst mich nicht aber mal. Ich mache das jetzt ganz langsam und werde auch die Klappe halten. Ich weiß nämlich nicht, ob mich das hier hören kann. Ich weiß nicht, ob mich das hier hören kann. Ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Irgendwo hier muss es sein. Ah, Misty. Ich kann mich auch hier nicht verstecken. Ach, das brauche ich, das brauche ich. Die Komponente brauche ich. Schau mal den Blick. Fuck. Fuck. Oh man, nein. Nein. Okay, letztes Mal versuche ich das jetzt noch. Gott, ich war so leise gerade. Hat voll nichts gebracht. Ich werde mich hier noch 15.000 Mal verlaufen. Ganz genau. Diesen Koppelteintrag. Ja, weiß ich mittlerweile schon. Das hier. Und das hier. Und das hier. Kann mich das Vieh nicht dauernd fressen? Oder aufspießen? Oder sonst irgendwie töten? Das wäre richtig geil. Ja, ich weiß. Das ist Morlis Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Danke, dass du alles wiederholst. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja, habe ich. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkampe. Morley, Tokima, eine Weisicht. Finden Sie. Keine Sorge. Ich versuche nur, Herr Haukenschläge zu wandern. Ja, ja, ich weiß. Hier kommt es nicht jetzt. Jetzt bin ich gerade sauer. Okay. Nee. Nee. Das Ding ist gerade auf mich drauf. Ich wollte eigentlich abbiegen. Ja. Wollte eigentlich abbiegen. Das Ding ist auf mich draufgefallen. Das ist gemein. Okay. Nee. Nee. Heute nicht mehr. Okay. Leute, äh. Ich bin jetzt dreimal vom Alien getötet worden. Ich bin gerade kein Stück weitergekommen. Ich habe einen Zugangscode, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß, wo ich hin muss. Äh. Nee. Nee. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt nochmal gefressen zu werden. Ja. Gut. Ich werde hier jetzt einen Cut machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und euch vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Ich fand es gerade nicht so lustig. Ich hätte mich gefreut, wenn ich ein bisschen Fortschritt gemacht hätte in dem Spiel. So wird das, äh, nichts. Auf die Art und Weise, wie ich es gerade gemacht habe. Ja, Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne noch nicht nach oben, lasst mir gerne einen Kommentar hier oder lasst mir auch gerne ein Abo da, da freue ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.